Moins meine Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Ist das normal? Noch heute wollen wir uns mit einem Rek'Sai-Spieler beschäftigen, der in der Lage war, sich unter einen Djinn in der Base zu graben, ihn hochzuwerfen und dann komplett auseinanderziehen. Okay, der hat es buchstäblich total zerstückelt. Die Frage bleibt natürlich wieder im Raum, eh, ist das normal, kann man überhaupt so viel Schaden anrichten? Und auf der anderen Seite versuchen wir natürlich etwas aus dieser Situation mitzunehmen. Was kann ein Rek'Sai-Spieler vielleicht lernen anhand dieser Situation? Da das Aufnahmeverfahren in League of Legends aber nach wie vor absolut katastrophal ist, verlassen wir uns eher auf Play, Plays, Play, Play TV. Also im Prinzip die Szene, woher ich das quasi habe, denn hier können wir sehen, was für Schadensquellen Djinn eigentlich erhalten hat. Das heißt, zunächst wurde hochgeworfen, hat 139 Schaden bekommen und danach in kurzer Abfolge 293 und danach 224 und abschließend gab es nochmal Peng über 800 True Damage. Das ist eine saftige Zahl. Schauen wir uns also zunächst die Ausgangssituation an und werfen dabei einen Blick auf Rek'Sai. Denn Rek'Sai läuft hier mit knackigen 342 Damage rum. Dazu muss man sagen, dass 242 Bonus-Schaden sind. Okay, 100 ist der Base-Schaden auf Level 15. Naja, und die gute Rek'Sai hat 3009 HP. Dieser Punkt ist relativ entscheidend, denn er trägt ja die Titanic Hydra bei sich, die aufs maximale Leben aus ist und davon natürlich profitiert. Gut, und auf der anderen Seite haben wir das Opfer, den Djinn. Der Djinn selbst hat nicht mal 1500 HP und knapp 63 Rüstung. Und diese 63 Rüstung werden auch mit der Zeit vom Black Cleaver so ein kleines bisschen geschreddert. Gut, werfen wir nun einen Blick auf die Zahlen. Das bedeutet, der Djinn wird hochgeworfen und kriegt hier diese 139 Damage. Das Ganze passt auch wunderbar zusammen, denn die B-Fähigkeit, das ist Unborrow, macht 120 Schaden plus 40% deiner Bonus-AD. Das heißt, die Bonus-AD ersetzen wir nun mit 242. Aber diese Zahlen müssen wir jedoch noch mit den Masteries verrechnen. Das bedeutet, wir haben den Oppressor dabei, also 2,5%. Und außerdem hat er sich für das Double-Edged-Sword entschieden. Das bedeutet, mehr Schaden im Nahkampf. Rechnen wir das Ganze nun zusammen, ist der B-Fähigkeit sehr, sehr korrekt. Bedacht werden muss aber dabei folgendes. Der Black Cleaver ist ein Item, was einem erst nach mehreren Autotecks oder erst nach mehreren Fähigkeiten die volle Leistung zahlt. Das bedeutet, man kann ja sehen, dass der Schild langsam durchbrochen wird. Von dieser ersten Rüstungsverringerung wird man aber nicht profitieren. Was wäre auch, glaube ich, ein kleines bisschen okay. Okay, verrechnen wir nun diesen Schaden mit den Rüstungswerten von Jhin, kommen wir ziemlich genau auf die 139. Machen wir nun weiter bei diesen 200er-Schadensquellen. Denn 293 Schaden ist schon ziemlich viel, aber gerechtfertigt. Das bedeutet, der Rek'Sai-Spieler hat 342 Base-AD und bezogen auf die Q-Fähigkeit kriegt er quasi Bonusschaden dazu. Das wären hier 55 als fester Wert und nochmal zusätzlich 20% seiner Bonus-AD. Wenn man das Ganze nun mit den Masteries, aber auch mit den gesenkten Rüstungswerten wohlgemerkt von Jhin verrechnet, würde man feststellen, dass man genau auf den Wert kommt. Gestört ist aber nun der zweite und das ist die Aktive vom Titanic. Und im Prinzip ist das eine lustige Synergie. Denn diese Aktive nimmt 40 Schaden plus 10% eurer maximalen HP. Das bedeutet hier ungefähr 340 Schaden. Das Ganze wird auch nochmal mit der Rüstung verrechnet und man kommt ziemlich genau auf den Wert. Gestört ist aber nur, dass der Schaden von der Titanic hintereinander gewertet wird. Das klingt jetzt nur ein kleines bisschen seltsam, weil es aber entscheidend für genau solche Faktoren wie den Black Cleaver, denn es wurde zuerst der normale Angriff verrechnet, der wiederum Rüstung geschreddert hat. Und bei der Berechnung des Titanic Damages arbeitet man mit weniger Rüstung, weil diese wurde ja durch den Black Cleaver aufgehoben. Man ist also mit Rek'Sai technisch gesehen mit einer Kombo in der Lage, extrem viele Stacks auf die Gegner zu bekommen. Das bedeutet, den ersten Black Cleaver Stack erhaltet ihr beim Rausgraben, beim Unburrow. Danach macht ihr einen normalen Q-Auto-Attack und danach einen Reset mit eurem Titanic, was euch zwei Stacks bringt. Sind wir also schon bei vier. Und dann könnt ihr die E-Fähigkeit drücken und habt schon fünf Stacks auf den Gegner gepackt und das innerhalb, wenn man schnell arbeitet, innerhalb einer Sekunde oder 1,5 Sekunden. Das ist nicht schlecht und vor allem ist es ja auch ein AOE-Effekt, beziehungsweise nicht alle Stacks, aber viele davon. Der Titanic On-Head-Schaden wird also doppelt verwertet, was für den Black Cleaver echt praktisch ist. Naja, aber bezogen auf den letzten 819er True Damage hier gilt es zu sagen, dass es die E-Fähigkeit war. Denn wenn Rek'Sai ihre Wutbar komplett aufgefüllt hat, ist die E-Fähigkeit nicht normaler, sondern absoluter Schaden. In diesem Beispiel sind es 240% ihrer Gesamt-AD und wenn man 2,4 mal 342 rechnet, wird man ziemlich genau auf diesen Wert kommen. Nun ist die Frage, was lernen wir daraus und was können wir mitnehmen? Der erste Punkt wird sein, lohnt sich vielleicht Rek'Sai immer offensiv zu bauen? Wenn man auf Pro Build schaut, beziehungsweise generell wird man feststellen, dass die Warrior, aber auch immer noch die Cinder Hulk Variante existiert. Die Warrior nun aber mit Black Cleaver und Titanic zu kombinieren, ist, finde ich, mit einem gewissen Risiko verbunden. Wir konnten das bei der ESL-Meisterschaft beobachten, als ob wir es ebenfalls ein sehr, sehr offensives Item-Bild an den Tag gelegt hat und auch übelst zerstört hat, aber es gab einen Moment, wo das gegnerische Team zurückkam und er als Rek'Sai nutzlos wurde. Rek'Sai fällt sowieso im Late Game ab, da sind sogar Grafen, die das easy beweisen. Aber ihre Grund-Tankiness reicht irgendwann nicht mehr aus, um den Schaden hochzuhalten. Die Denkweise ist nun, sollte man Rek'Sai also immer offensiv und immer mit sehr starken Items spielen, weil der Black Cleaver wurde ja angepasst, was nicht den Schaden angeht, sondern den Preis, also wesentlich billiger geworden und das ist ein Gegenstand, der auf Rek'Sai extrem gut funktioniert, dass sie nur auf Cooler basiert und natürlich extrem viel normalen Schaden macht, was für die Stacks nicht schlecht ist. Dabei muss aber immer wieder bedacht werden, Rek'Sai wird dadurch butterweich im Vergleich. Aber ist natürlich im Stande, epische Schadenswerte rauszubringen, wie man an dem True Damage sehen kann. Ich sag mal so, die Darius-Ulti auf der E-Fähigkeit zu haben, ist gar nicht so schlecht. Und das ist quasi der zweite Punkt, den man mitnehmen kann, beziehungsweise darüber nachdenken sollte. Denn in Rek'Sai-Jungle ist ihre Passive sehr, sehr entscheidend, damit sie immer wieder Leben herstellt und damit auch ewig lange im Jungle bleiben kann. Das ist ein wirklich wichtiger Punkt, um aus brenzlichen Situationen rauszukommen, weil man sich ganz einfach gegenheilt. Jetzt aber nur die Frage, ob man diese Passive wirklich immer zur Heilung verwenden sollte. Dazu gibt es quasi zwei Überlegungen. Die erste ist, dass man mit der E-Fähigkeit nun True Damage anrichtet und vielleicht somit schneller durch den Jungle kommt, indem man erst wartet, bis man volle Stacks hat und dann das E benutzt. Ich habe festgestellt, bei den Anfang-Rotationen spielt das weder auf der Zinderhulk noch auf der Warrior-Variante irgendeine Rolle. Man könnte technisch gesehen warten. Der True Damage, der dabei rumkommt, ist relativ gering, weil die Jungle-Monster meistens auch relativ wenig Rüstung haben. Also für den Jungle ist es nicht überragend sinnvoll, besonders viel Wut zu haben oder erst mit voller Wut die E-Fähigkeit zu benutzen, zumal ihr erst recht spät Punkte darin reinsteckt. Und meistens erst dann, wenn ihr schon die ersten Items habt. Interessanter wird es aber dann bei den Gangs und bei den späteren Situationen. Da sollte ein Rek'Sai-Spieler definitiv darauf achten, wie er vorgeht. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass er am besten gar nicht erst tunnelt, wenn er bereits Leben verloren hat, sondern wirklich auf die Lane normal läuft, dann quasi nur seinen Tunnel für den Knock-Up verwendet, um möglichst viel Wut aufzubewahren, okay? Weil die Wutgenerierung funktioniert durch Auto-Attacks bzw. über das Q, wenn es viele Gegner trifft. Was dazu führt, dass er bei einigen Jungle-Camps wesentlich mehr Wut kriegt als bei anderen. Das gleiche gilt natürlich für spätere Situationen. Vielleicht sollte darüber nachgedacht werden, ob Rek'Sai erst mit voller HP tunneln sollte, weil dann verliert sie die Wut nicht so schnell. Oder wirklich über der Erde rumlaufen sollte, was aber viele, viele Nachteile birgt, weil ihr könnt nicht über Wände sehen und ihr seid natürlich wesentlich langsamer und habt weniger HP zur Verfügung. Die E-Fähigkeit aber vielleicht in den einen oder anderen Fight aufzuheben und zu warten, bis sie wirklich True Damage macht, gerade wenn ihr 5 Punkte reingesteckt habt, ist, denke ich, ein wichtiger Faktor, weil die Gesamt-AD-Wertung enorm in die Höhe schießt bei dem E-Spell, wo man zwar sagen muss, dass die Maximierung der Fähigkeit trotzdem als zweites erfolgen sollte, weil das viele auch als letztes machen. Aber ich persönlich denke, man unterschätzt das Potenzial dieses Spells. Manchmal ist da Geduld, denke ich, ganz gut. Alles klar, ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge etwas mitnehmen und vielleicht kann es ja der ein oder andere Rek'Sai Main in den Kommentaren äußern und sagen, okay, wie spiele ich denn mit der E-Fähigkeit? Bin ich eher geduldig und warte auf den True Damage? Oder sage ich, nee, ich haue es einfach raus, wenn es geht? Gut, bis dahin wünsche ich euch einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Raid!